Brotherhood of Adventure und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League mit der Standardbesetzung. Genau. Ich muss irgendwie mal gucken, dass ich die Aufnahmeprobleme bei Rocket League fixe, ab und zu mal fallen die Frame Rates von der Aufnahme nach unten. Schönen. Sieh wieder auf. Wow. Tigerschuss. Volker Flieger hatte Null Boost. Du hast versucht einen Adler einzusperren. Ui! Wo kam denn der her? Machen wir weiter, Dicke? Sieh wieder auf der Werder, oder nicht? Nein, 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 fast schon, fast schon. Nein! Ich habe ein bisschen Zeit geschaffen, glaube ich. AGE! Ja, AGE hat funktioniert. Schön. Ah. Unlucky. 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 Was auch immer er macht. Oh. Mann! 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 Ich bin beim Tor. Was machst du da? Zuschauen. Ja. Okay. Ich bin top. Wut. Ah. Habe ich einen Ball zu schnell mitgenommen. Oh Gott. Schön. Schön, Alex. Schön durchgesetzt. Ach fuck. Ich habe jetzt den Ball weggenommen. Ich habe erst bündelt worden. Okay. Ich bin gar nicht da. Oh, war es Sivi. Leute. Aber du kannst auch zu mir hinfahren. Jetzt kann ich hinfahren. Ja, habe ich doch gesagt. Ich habe in die Zukunft geführt. Voraus. Boah ey. Erstmal vor der Zahne nicht reinfahren. Ah. Ich sehe wie voraus. Oh. Ich bin da. Upsa. Ich bin da. Oh, da. Ne. Ich fahr drauf. Finally. Hey. Du kannst mit fahren. Oh. 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 Oh, schade. Ah. Oh. Das schubst euch nicht gegenseitig an. Oh. Der Alex hat mich geschubst. Ich habe ja gar keinen geschubst. Ich bin doch kurz zum Mönch geworden. So. Oh. 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 schön so schlimm bin ich da auch nicht da spielten denn die mitte ach komm alter noch hierbei schade jetzt haben wir ausgekontert schön nix da schön verdorf schön ok kannst drauf habe ich bin dabei einfach meint kannst drauf ich werde mit oder machen selbst sehr gut sehr schön das war ein schönes match hallo nice erste runde gewonnen finde ich super finde ich super sympathisch man kann sich unterhalten piep piep so ach wieder gegen die johann johann und ob das wieder sehr ganz knappes ding wird ja und leider ich mache ich hunde so meister katze die die mag hat es nicht so gern du musst es dann hunden bleib mir katz ist auch beleidigung pussy oder schön abgewehrt schöne tiger abwehr da haben wir uns im franken zusammen gehauen und jetzt mach du was machst du das keine ahnung ok äh spielt ein bisschen mit dem ball ok ok nein also was war denn das hier wie die ballerina oder wie genau die ballerina ja oje was denn jetzt kaputt alles kaputt alles kaputt alle kaputt allesamt ich hab jetzt zwei leute ausstehen äh ausstehen lassen vor allem ausstehen lassen ja schön weiter rück ich bin mit dabei ist noch ein schöner spielzug immer noch nein jetzt nicht mehr du hast alles aus ja ich weiß ich bin bist im deal ich bin im deal ich bin im deal schön sieh wir auf sieh wir auf sich vorbereitet auf das ganze glaube ich ja wie meinst du hast du schon ein bisschen geflogen und dann in dem moment so sieh wir drauf du losgeflogen ne 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 n ne n Oh, der kommt blöd Okay Nur mit Ah Reingelupft, komm, reingelupft Jawoll Ho, 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 ho Was auch immer Alex da ein Tor gemacht hat Ja, ich habe halt einfach mal Gratulation zum Tor Was? Achso, das war der Torjubel oder was? Ja, ich habe da klein gefangen Oh, okay, okay Babo, freak Mein ältester Freund Fuck Klicken Ziggy, wirklich war das? Wirst du grad Ziggy sagen? Was? Ob du grad Ziggy sagen wolltest? Ziggy voraus Ziggy voraus Ich habe ihn Wieso soll ich Ziggy zu dir sagen? Weiß ich doch nicht Sagst du mir? Ich würde ja nur Piggy sagen, aber Piggy Ziggy wurde ich bis jetzt auch noch nicht genannt Ey War schon alles dabei Rodriguez, aber Oh, Ziggy Aber Ziggy ist überhaupt nice Oh, je, meine Und ich sehe Alex auf mich zu fahren Das bedeutet nichts Gutes Hi Bin da Also bei vorne, wenn er hin Bringt gar nichts, aber Ziggy, komm Ziggy Rodriguez Ich werde blockiert, ich werde blockiert Boah Nein Ich werde dir mit deinem Wut vorbei Nein 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 Was Ach, boy, was ist denn der jetzt schon wieder Was ist denn das hier? Haha Bin dabei Jo Ach, wie habe ich den denn erwischt? Ja, what the fuck Das wäre das gewesen Da kommt doch mal neben mir Bin da Naja, wenn du meinst nicht gerecht Muss ich sagen Ich auch nicht Aha Ich fahre mal drauf Oh, Ricky Oh, Mann Sehr schön Ricky, was ist da? Ja Ja Oh schön 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 jetzt hat jetzt das ist es habe ich denke ein 11 gegen die und es steht 11 vielleicht kommen wir noch mal gegen die dran mal gucken wer cool ja mal gucken mal gucken wäre natürlich schön wenn wir noch mal gegen die teilen kommen dann gewinnen wir haben auch egal wer nicht okay passt fast fast der konnte was der konnte gerade und wir kommen noch mal gegen die dran passt doch eh die brotherhood of it one adventurer ich bin dabei ich bin immer noch irgendwie dabei ok ich bin immer dabei ich fahr zurück und ich fahr drauf sie hinaus oh gott uns zu tun weiter kommt behindert Schönen Siebi. Schönen Siebi. Kommt, ich geh. Nee, den habe ich behindert bekommen. Schönen Siebi. Schön, Alex. Da könnte drin sein. Okay. Mach halt nicht. Nimm zwei. Das ist gut. Fahr was? Nimm mit. Nimm zwei. Gut. Okay. Mitte. Ja. Scheiße. Okay, Siebi, vorauf. Ach, ich war natürlich. Ich war dran. Jetzt müsste es zerkuntern. Oh Mann, Guntern, total. Nein. Nein. Gute Zeitzer drei gegen zwei, ne? Wir sind drei. Nee. Oh Mann. Habe ich? In der Mitte? Bin ich? Ich war drauf. Ich war drauf. Okay. Hüpfel. Siebi, fahr mit. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Nicht gut, gar nicht gut. Okay, die wollen die Schiene fahren. Okay, bin bitte. Oh Mann. Fuck. Da habe ich die Kurve nicht gut genug bekommen. Okay. Schön. Ich habe, by the way, keinen Boost, gell? Das ist gut. So, ich mache die Werte. Aufpassen. Boah, schade. Okay. Okay. Ah, der war natürlich dran. Nicht vorhin. Schön. Ja. Schön, ich bin dabei. Und da wollte er mich zerstören. Ja. Oh, ich mache Bullshit. Aber ich werde, wenn wir damit auch die Gegner. Machen wir zwei. Oh, ne, den krieg ich nicht. Aber ich. Oh, das war jetzt zu schnell. Fuck. Alex, ich bin da. Alex voraus. Ja. Boah. Der ist noch warm, der ist noch warm, der ist noch warm, der ist noch warm, der ist noch warm. Ah, schade. Ah, so knapp. Komm, ein 1-1 gegen die Werte allgemein in die Verlängerung gehen. Wir brauchen ja mal. Aber ich bin kurz auf ihn gefahren. Wir brauchen ja mal ganz gewaltig Elfmeter schießen gerade. Ich bin da, aber ich habe fast keinen Boost. Gut, dass der noch vorbei ist. Schön. Dann schade. Ich habe ihn. Ich habe keinen Boost. Ich kann nicht mit von den Vorausdruck. Ja. Oh. Ich hätte bald irgendwie abwehren können. Ich wäre dabei. Alex. Du, 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 du. Schön. Mach mal, mach, 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 mach. Schön. Schön. Bitte. Ich versuch's. Ich versuch's. Das ist der Mitte. Ja. Der Ball ist irgendwann in der Mitte. Ich fahr drauf. Oh, rückwärts. Das war's. Das war's. Ja. Ja. Mein Fehler wär's gewesen. War das ich fahr drauf oder fahr drauf? Ich fahr drauf. Ja, okay. Das ich war nicht dabei. Vor allem. Vor allem, weil du warst in der Rückwärtsbewegung. Das wäre gescheitig, dass wir nicht brachten. Ah. Mann. Oh, shit. Ich hab keinen Boost. Tschö. 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 Jetzt kommt er wieder. Ich fahr zu. Okay, ich bin im Tal. schön. War drauf. Ah, der geht! Alex? Ja, nicht wahr. Ja, der bringt uns in die Mitte. Ich fahr. ich war auch noch gut ich bin dumm gestanden man ich bin dumm gestanden ja gut 2 1 verloren aber auch spannend bis zum ende aber das war's mit der folge rocket league wie immer wenn es euch gefallen hat schreibt einen kommentar wenn ich dann das neigt ansonsten bis zum nächsten mal hallo ja ja